Habe ich nicht heute was gesagt zu dir? Nein. Waschen? Waschen? Da schon! Dann bleiben wir dich! Der Nächste! Der Nächste! Der Nächste! Ja, das ist eh ein Alter, oder? Raphael! Ah, Raphaela! Raphael! Das ist kein Alter! Du musst noch auf deine Tochter denken, die heißt ja Raphael! Naja, ich tue das immer mit Patrizia! Patrizia, Patrizia, Raphaela, Raphaela! Da bist du aber Raphaela gekommen! Ich? Ja! Weil es heute nicht Raphael sei! Ja, das ist sie! Ja, das ist sie! Das ist Patrizia auch gefallen! Da kann ich nicht einmal ein Büro zeigen, weil es geht besser nicht! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Raphaela! 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 Da hast du es! Da hast du es! Da hast du es! So! Und Raphaela! Ja! left! Ja! Versch, die Mama! Das ist es! Tja, das ist sie! Versch, die Mama! Yhahaha! Was? Läge! Schwertest du es? Wer die 50er? Weil die 60er ist! Tja, wie es gibt du es? Wo ist es? Das kann ich dir nicht du bei dir? Ja! Das kann ich dir nicht! Ich locker ein Kappel! Ja! Ja! Mama! Somit du es? Ja, es ist ein Tierstift, oder? Ich meine, schaut mir die Augen. Ich glaube, wenn... Oiii! Und wie alt ist? 27. Was ist so alt wie die Patricia? Nein, muss die Mama zwei Jahre älter. Nein, das musst du nicht bekommen. Ja! Seit dem Alter kannst du die Urmutter abhängen. Mama, ich hab Durst. Ja! Das ist nicht meines. Wo ist deines? Da! Ist ja egal, Jo. Es ist überall Kohl. Ja, siehst du. Nein, das ist nicht der Kohlschleiber. Guck, Steho. Für Joghörn ist das hier. Ja, das ist super. Ja, genau. Da ist der Kohlschleiber. Ich bin groß, Mama. Du musst nachher ein bisschen wachsen. Sehr, sehr gut. Das ist der Kohlschleiber. Ich bin groß, Mama. Ich bin groß, Mama. Helwig. Hey, jetzt hab ich nichts gesessen. Gehst du da? Helwig. Nein, nein, passt schon. Wir wissen nichts. Schrauben wir auch besser. Ich zeige dir her, Mausis. Ja, gestern nimmst du eine Zettel und du sollst einen Kohlschleiber geben. Nein, Kohlschleiber. Das ist meine Ruhe. Ja, das stimmt. Schau, Schatz. Nimm mal Streit. Und da ist jetzt Streit verdruckt. Und da ist jetzt Streit verdruckt. Da könnt ihr Frühgrad noch lehren. Ich will auch mal Streit. Ist nicht schön. Schau, ja, schön. Schau. Was hast du zusammen? Ja. Schellweih. Wo kann es aus? Bloß noch eine Zähne, glaube ich. Bloß noch eine Zähne. Ein Stück eine Zähne. Super. Super. Schwanger ist. Na. Na, okay. Ja, so Tepplers. Brauchst du? Ja, das ist schon schön. Nicht mehr, das ist ruhig. Ich muss nachziehen. Ja, aber du musst auch nicht drauf schauen. Ja, ich bin ja da. Ja, hast du einen Kohlschleiber vorgegen. Ja. Kalle, wo warst du? Ja, gibst du. Ja, aber jetzt. Ja, aber jetzt. Mit der Botanik. Ja. Gib mal Pusel. Jetzt wird die Wiese gedüngt. Ja. Gib mal Pusel. Gib mal Pusel. Sind eigentlich Werher außendäum? Wien-Täum? Ja, außendäum. Ja, außendäum. Du bist. Ist er Wien? Ja. Hier beim Atom.